Guten Abend beim Wetter mit 24 Grad, was heute am wärmsten in Weidhofen an der Ips in Niederösterreich und dazu war es fast überall strahlend sonnig. Wie zum Beispiel hier in Salzburg, hier der Blick auf den Mirabellgarten, das Ganze bei 22 Grad und morgen wird es hier eine Spur milder. Hier der morgige Mittwoch im Detail an der alten Nordseite ist es die meiste Zeit strahlend sonnig. Nur im Süden an der Grenze zu Italien kann es tagsüber ein paar Regenschauer geben. Es bleibt wieder sehr mild, die Temperaturen bei 15 bis 23 Grad eben in Salzburg. Am Donnerstag folgt dann vom Westen her die Abkühlung, aber das dauert nicht lange, denn schon ab Freitag geht es auch schon wieder mit den Temperaturen bergauf. Und das Wochenende wird ein Traum. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017